Und gelb für Martinez. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Einwurf, der Ball war draußen. Jetzt vielleicht über Ribery. Jetzt ist der Ball dort aufweg, gut aufgepasst und verteidigt. Da setzt sich Ribery klasse durch. Robert Lewandowski! Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin, er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Ribery im Vorwärtsgang. Keine gute Verteidigung. Ribery bringt den Ball rein. Mit der Faust kann er hier retten. Er versucht's. Gut gemacht vom Torhüter. Sehr guter Einsatz. Der Ball ist draußen, wird ein Wurf geben. Ribery leitet den Angriff ein. Die Defensive steht. Guter Einsatz, er hat den Ball. Vidal. Spiel geht weiter. Da stand er gut und gibt Freistoß. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Einwurf für die Bayern. Gute Position. Ribery. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Und über Ribery könnte jetzt was gehen. Der Ball kommt gut. Robben! Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Bayern München mit dem Ballgewinn. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. 2. 4. 5. 6. Säge! 7. 7. 7. 9. 11. 7. 10. 11. 20. 12. 14. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und da gibt es jetzt den Einwurf Jetzt Robben am Ball Und da holt er sich den Ball Jetzt Robben Ribery Die Bayern im Vorwärtsgang Guter Einsatz, er hat den Ball Arturo Vidal jetzt Souverän, er hat den Ball So, vier Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern Das könnte der Gelegenheit werden Noch ein Einwurf Und der Ball ist weg Das war unnötig Und nun Alaba Keine Durchgang zwei kann beginnen In der Allianz Arena Los geht's Und was kostet er jetzt Das könnte gefährlich werden Das war eine richtig gute Möglichkeit Aber jetzt der Ballverlust Guter Ball auf Arjen Orben Das war einfach Und er hat den Ball Jetzt ist der Ball dort auf weg Gut aufgepasst und verteidigt Und Douglas Costa Da kommt der Pass Aber der Verteidiger ist da Spielt den Ball direkt zurück Hummels am Ball Gute Gelegenheit Schuss Das war nicht einfach Aber er pariert den Schuss Und mit der Parade Hilt er sein Team ins Spiel Es geht weiterhin unentschieden Ribery Jetzt Ribery Nach der Aktion Gibt's Freistoß Gegen den FC Bayern Richtig entschieden Es gibt die gelbe Karte Und jetzt kann er natürlich Nicht mehr so In die Zweikämpfe gehen Und jetzt Thomas Müller In der Offensive Klasse Technik Jetzt ist der Angriff Doch gestorbt Der Gegner hat den Ball Jetzt haben sie den Ball verloren Und jetzt Müller Und da kommt er an den Ball Und jetzt tut das Costa Wird's jetzt gefährlich Den Ball holt er sich Da trennt er ihn fair vom Ball Jetzt Müller Und jetzt der Schuss Klasse gemacht Stark geblockt Und jetzt gibt's eine Ecke Er kann ihn reinbringen Und abgefangen vom Verteidiger Diese Hereingabe Dudlas Costa jetzt Jetzt könnte's gefährlich werden Da geht er dazwischen Und Müller Kurze Unterbrechung Freistoß gegen den FC Bayern Die Flanke holt sich der Verteidiger Dabei kam sie eigentlich gut rein Sauber vom Ball getrennt hier Das ist Alaba Die Ecke wird Ribéry reinbringen Der Ball kommt Neuer mit der Verteidiger Schießt er ihn rein Super reagiert Gut reagiert vom Torhüter So verhindert er den Rückstand Die lassen sich teilweise Schon viel Zeit Also da soll wohl die Uhr runtergespielt werden Aber wenn irgendwie möglich Das Unentschieden scheint ja auch für sie zu reichen Und deshalb haben sie nicht mehr Wirklich richtigen Drang Weiter und vor allem schnell Nach vorne zu spielen Klasse gespielt Thiago jetzt Kimmich Robben am Ball Douglas Costa Klasse Leistung heute Er passt Hinten auf Sie ändern taktisch was Setzen jetzt verstärkt auf Pressing Wenn es gut läuft Können sie so die Gegenspieler zu Fehlern zwingen Und sich Chancen erarbeiten Oh und er gewinnt den Zweikampf Da haben ein paar Meter gefehlt So wird das nichts mit dem Treffer So wird das nichts mit dem Treffer So wird das nichts mit dem Treffer Auswechslung bei der FC Bayern Ribery Die Bayern im Vorwärtsgang Klasse Einsatz von Hummels hier Hummels Jetzt kommt Ribery über den Flügel Ja das gibt ein Wurf Douglas Costa am Ball Man spürt die Spannung hier förmlich Es fehlt nur ein Tor Ja nur Aber das musst du erstmal machen Gas geben Der sollte wirklich gut drauf Ein echter Fels in der Verteidigung Klasse Technik Und jetzt sind noch acht Minuten zu spielen Ribery leitet den Angriff ein Gut verteidigt hier Komm an Freistoß jetzt für die Bayern Das war natürlich mit viel Risiko Mit zu viel Risiko Keine andere Option für den Referee Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor Nun Javi Martinez Ribery Bei Franck Ribery Merkt man es immer wieder Der Franzose ist immer mit Leidenschaft Und vollem Einsatz dabei Was manchmal Wolf dafür sorgt Dass er sich zu unschönen Aktionen hinreißen lässt Das sind so Dinge Ich glaube die bekommt er nie ganz in den Griff Klasse von Boateng Er hat den Ball Drei Minuten Nachspielzeit Sind hier jetzt angezeigt Jetzt vielleicht über Ribery Unnötiger Ballverlust Das war's So Wir nehmen Aufstellung Buschi du sitzt noch Maman Oh yes My love You will surely bring you free Oh yes My love You will surely bring you free Oh yes This is nothing new Oh yes It's just the same old blues Oh yes Untertitelung des ZDF für funk, 2017